Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus Stralsund. Hier sind wir bei der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Das ist ein richtiges Unternehmen, was eine nachgeordnete, wenn man so will, Firma des Landesenergieministeriums ist. An meiner Seite ist Gunnar Wobich, er ist der Geschäftsführer dieses Unternehmens. Herr Wobich, nochmal ganz kurz die Aufgaben, die erschließen sich ja teilweise schon aus dem Namen. Aber hier geht es natürlich um erneuerbare Energien und um Klimaschutz. Als Landesenergie- und Klimaschutzagentur haben wir ganz klar und deutlich den Auftrag, als Beratungsagentur des Landes alles zu machen, was im Bereich Energie- und Klimaschutz ist. Und da beraten und netzwerken wir sowohl im kommunalen, im privaten als auch im unternehmerischen Bereich. Nun sind wir hier in dem Herz, in dem Büro, wo alle Ihre Mitarbeiter und Sie selbst auch tätig sind. Sie haben insgesamt hier vier Mitarbeiter, wenn ich das richtig zählen kann. Hier am Standort Stralsund sind wir mit vier Mitarbeitern vertreten. Weiterhin haben wir dann noch einen Standort in Neustrelitz, da ist ein Mitarbeiter. Und in der Landeshauptstadt in Schwerin haben wir drei Leute noch. Das ist eine große Aufgabe, die Sie sich vorgenommen haben, beraten, vernetzen zum Thema erneuerbare Energien. Was können Sie da leisten? Also grundsätzlich, wir sind ein Flächenland und da wissen viele Leute, die im Westteil des Landes sind, nicht, was im Osten gemacht wird. Und diese Widersprüche oder Unkenntnisse, die lösen wir auf durch die Verbindung und um dann ganz konkret auch Wertschöpfung hier am Lande sicherstellen zu können. Wir hatten uns ja vorher erkundigt auch und sind immer wieder auf Leka, so ist die Kurzbezeichnung für die Agentur, aufmerksam geworden, vor dem Hintergrund der E-Mobilität. Das ist ja momentan auch in aller Munde E-Mobilität als großes Zukunftsthema auch, gerade von dem Hintergrund des Diesel-Skandals. Da ist Ihr Unternehmen auch aktiv und Sie arbeiten an Lösungen, da ganz konkrete Lösungen auch für Mecklenburg-Vorpommern. Wie kann das aussehen und was ist da Ihre Aufgabe? Ja, ganz genau. Also da machen wir seit Mitte 2017 sind wir da und dabei und legen die planerischen Grundlagen für eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur sowie sowohl für die E-Mobilität als auch für den Wasserstoffbereich und machen da für das Energieministerium ganz konkrete Vorschläge, wie das denn so in Zukunft aussehen könnte hier bei uns im Lande. Was sind da Szenarien? Wir haben es ja gehört, die Bundespolitik hatte ja schon mal Vorgaben gemacht, dass wir bis 2020 ungefähr eine Million E-Autos auf den Straßen haben wollen, also durch Elektromobilität betriebene Autos. Das erreichen wir natürlich nicht mehr, diese Vorgaben. Aber gerade für Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja E-Autos vielleicht auch nicht ganz einfach haben, mit was für Schätzungen arbeiten Sie da? Also die Schätzungen, die da sind, sind natürlich immer an den Realitätsgewinnen, die wir im Laufe der Kampagne jetzt hier gesammelt haben, ausgerichtet. Da haben wir, wie gesagt, ganz konkret mal geguckt, was haben wir, was hat das Kraftfahrtbundesamt tatsächlich schon an Fahrzeugen hier bei uns im Lande aufgelistet. Und da sind wir von ausgegangen, mit den Zuwachsraten, die wir da die letzten Jahre haben, haben wir da quasi ganz einfach eine Hochrechnung gemacht, wie es denn in 2025, 2030 aussehen kann. Gleichwohl haben wir dann aber auch, weil ja alle Autohersteller sagen, sie kommen mit einer unwahrscheinlichen Modellvielfalt demnächst auf den Markt. Und da haben wir gesagt, gehen wir mal ein bisschen euphorischer ran und sehen auch, was könnte alles möglich sein. Und irgendwo, denke ich mal, werden wir zwischen diesen beiden Szenarien im weiteren Ausbau der Fahrzeugflotte im Bereich E-Mobilität tatsächlich liegen. Wenn man heute mit Menschen spricht, die auch vielleicht selber da überlegen, auf E-Mobilität umzusteigen, dann sagen ganz viele, ja, wir würden ja gerne, aber die Ladeinfrastruktur ist eben noch nicht da. Kann ich mich zum Beispiel als Privatnutzer, aber auch als Unternehmen zum Beispiel an die Leka wenden und ganz konkret nachfragen? Ich möchte so etwas haben. Beraten Sie dazu auch? Also da kann sich jeder erstmal grundsätzlich an uns wenden. Also wir sehen uns tatsächlich im Land Mecklenburg-Vorpommern als Ansprechpartner Nummer eins für alle Bereiche, was Energie- und Klimaschutz betrifft. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, kennen wir aber wenigstens einen, der uns in dem ganz konkreten Problem weiterhelfen kann. Also da sind wir, wie gesagt, weil wir auch relativ wenig Personal hier an Bord haben, ganz klar und deutlich auf Kooperationen angewiesen. Aber die haben wir inzwischen auch alle da und da können wir, denke ich mal, jede Anfrage bedarfsgerecht auch erfüllen. Ja, wir können jetzt mal so ein kleines Gespräch nachspielen, wie es sich abspielen könnte. Ich würde bei Ihnen anrufen und einfach wissen wollen, ich als privater Nutzer möchte mir gerne so ein E-Mobil anschaffen, also ein elektrobetriebenes Auto, habe aber in meinem Haus keine Ladeinfrastruktur, aber weiß nicht, wie das funktionieren sollte. Erstmal würde ich mir auch eine Leitung aus dem Haus vielleicht rauslegen, vielleicht ein kleines Loch ins Fenster und das da durchführen. Was würden Sie mir dann sagen, wie könnte ich da rangehen, was wäre der beste Weg? Also grundsätzlich muss man sich immer den Einzelfall angucken, wie ist das Wohnumfeld, wie und wo kann da schon Ladeinfrastruktur genutzt werden. Aber da können wir dann ganz klar auch wieder in dem Bereich auf den Trägerkreis E-Mobilität innerhalb des Landes zurückgreifen. Und die kümmern sich dann ganz konkret um das spezielle Anliegen des Nutzers, der denn da ganz konkret sein Problem gelöst haben möchte. Da habe ich schon mal gehört, sagen die Stadtwerke vor Ort bei mir, dass wenn das die ganze Straße macht, dann würde das Stromnetz das nicht mehr aushalten. Ist diese Kritik, sind diese Einwände berechtigt? Wenn wir mit den Ladesäulen so umgehen, wie es jetzt momentan ist, vielleicht ansatzweise, aber wir sind im Zeitalter der Digitalisierung und da haben wir ganz große Hoffnung, dass wir da auch intelligente Ladekonzepte kriegen werden und kriegen werden müssen, sodass dieser Vorwurf nur bedingt haltbar ist. Ein wichtiges Thema bei dem Thema erneuerbare Energien, Mobilität, ist das Thema Wasserstoff. Konzerne, die weltweit tätig sind, sagen da schon wieder, lass das Thema E-Mobilität aus, setz auf das Thema Wasserstoff. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erste Wasserstofftankstellen. Würden Sie mir jetzt raten, lieber doch E-Mobilität zu überspringen und vielleicht auf einen Wasserstoffmobil zu setzen? Also Wasserstoff ist ja grundsätzlich auch erstmal E-Mobilität. Also in der landläufigen Wahrnehmung ist es immer so, dass das getrennt wird, aber letzten Endes werden beide Fahrzeuge, sowohl Batterie als auch Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle, von einem Elektromotor angetrieben. Also wir haben da, es ist nur eine andere Form der Elektromobilität. Ganz konkret kann man sicherlich noch nicht abschließend sagen, kaufen Sie sich heute einen Wasserstoffantrieb, weil momentan haben wir, wie gesagt, eine funktionierende Zapfsäule in Rostock, eine zweite in Hagenau, die steht kurz vor in Betriebnahme und ansonsten ist da noch erstmal relativ wenig innerhalb des Landes, das ist richtig. Aber irgendwo ist das aus meiner Sicht auch immer die Henne-Ei-Diskussion, also viele Skandinavier kommen in Rostock von der Fähre runter und sind dann froh, dass sie in Rostock diese Tankstelle haben. Und mit mehr Fahrzeugen wird wahrscheinlich auch der Druck größer sein, auch bei Automobilkonzernen sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite bei den Infrastrukturbetreiber, bei den Tankstellen, dass sie dann eben auch da diesen Bedarf sicherstellen können. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Das große Thema nach wie vor Windenergie. Auch da sind Sie als Agentur mit involviert, gerade bei dem Thema Beteiligungsgesetz. Wie kann man sich das vorstellen? Nun gab es dieses Gesetz vor zwei Jahren zum Thema Beteiligung, das heißt, das Land möchte mehr Akzeptanz und möchte letztendlich, dass Kommunen, aber auch private Menschen nutzen, die sehr praktisch werden, der Windenergie im Land, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht nicht so funktioniert hat. Geht dieses Konzept auf? Also wir hören Land auf, Land ab immer, das Gesetz wirkt nicht. Dem kann ich dann aber sagen, man muss sich da wirklich erstmal verallgemeinern, was ist denn zeitlich alles passiert. Also das Gesetz ist im Mai 2016 in Kraft getreten und hat auch ganz kleine Übergangsregelungen drin. Also jeder Projektverantwortliche, der dort seine Unterlagen in der Genehmigungsbehörde hatte, fiel nicht unter dieses Gesetz. Das war eine sogenannte Übergangsregelung und alle, die danach gemacht haben, Genehmigungsanträge eingereicht haben, die fallen drunter. Und da denke ich mal, dass wir da auch jetzt mit zunehmender Zeit da doch das eine oder andere an Projekten bekommen werden, die da drunter fallen. Und wie gesagt, wenn man den zeitlichen Strahl aufsetzt, wenn wir ungefähr von 18 Monaten Genehmigung sprechen, drei Monate irgendwo im Zuschlagsbereich und dann nach Information der Fachagentur Wind, 17 Monate Umsetzungszeitraum von Zuschlag bis Inbetriebnahme, dann sind wir eigentlich schon bei drei Jahren Laufzeit. Und da sind wir jetzt dann eigentlich voll im Plan. Sie sehen sich ja vor allen Dingen auch als Berater im kommunalen Bereich, also für Kommunen. Das heißt, als Kommune könnte ich mich jetzt an Sie wenden und sagen, ich habe da eine Fläche, da könnte Windkraft entstehen. Aber ich möchte von Ihnen wissen, wie konkret mit was für vielleicht auch planbaren Zahlen ich davon profitieren kann. Da bin ich bei Ihnen an der richtigen Adresse. Also grundsätzlich sind Sie bei uns immer an der richtigen Adresse. Also für solche Sachen haben wir bis dato noch keine Nachfrage gehabt. Aber wenn eine Gemeinde tatsächlich kommt und sagt, wir haben im Außenbereich selbst Flächen, mal unabhängig davon, dass es nur vielleicht ein Weg ist, dann ist der Weg sicherlich ganz richtig, erst mal uns zu fragen, wie es da ist. Also da sind wir auch, wie gesagt, als Beratungsagentur des Landes, dass wir zum Beteiligungsgesetz und auch zu den Auswirkungen, die es denn im Kommunalrecht gerade beim Haushalt hat, dass wir da konkret zu beraten können. Also Sie können auch nicht sagen, dass es wirklich jetzt schon messbare Zahlen gibt, dass die Akzeptanz sich gegenüber landbetriebenen Windkraftanlagen wirklich positiv entwickelt hat. Das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage möglich. Ja gut, wir sind jetzt in zwei Projekten dabei, dass wir da das Gesetz konkret in die Anwendung kriegen. Und da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Aussage zu geben, inwieweit das Akzeptanz verbessert sich niedergeschlagen hat, ist sicherlich sehr schwierig. Also da, es war eine ganz klare Umfrage damals, wird die Akzeptanz besser, wenn du dich beteiligen kannst? Das war auch mit einem Grundstein dieses Gesetzes. Und jetzt dazu schon eine Evaluation zu machen, ist es dann vielleicht noch ein bisschen früh. Wenn ich Leka, also Ihre Arbeit jetzt der Landesenergie- und Klimaschutzagentur im Land erleben möchte, wo kann ich da hingehen, wenn ich jetzt nicht gerade in Stralsund hier vor Ort bin? Ja gut, wie ich eingangs schon sagte, wir haben noch einen Standort in Neustrelitz. Neustrelitz, da sitzt ein Kollege und wir haben einen Standort in Schwerin und da sitzen drei Kollegen. Aber das ist alles auch thematisch aufbereitet und letzten Endes wird die Anfrage immer zu uns erstmal nach Stralsund kommen, ganz egal, auf welchem Standort die Anfrage einläuft. Und dann müssen wir gucken, wer von uns in der Lage ist, die Anfrage zu beantworten. Und wenn wir es nicht sind, haben wir bestimmt einen, der uns weiterhelfen kann, dass die konkrete Anfrage, die an uns gestellt wird, dann auch vernünftig beantwortet werden kann. Sie haben Partner im Land, mit denen Sie zusammenarbeiten, das sind die IASKs, also die Industrie- und Handelskammern, dann natürlich die Handwerkskammern. Wird dieses Angebot von Ihnen, der Zusammenarbeit da angenommen und wie wird das dann umgesetzt in der Praxis? Ja, also wir sind ja nun ein großes Flächenland, aber wenig an Leuten und da ist es immer wichtig, dass man sich untereinander kennt. Und das haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren, die wir jetzt am Markt sind, eigentlich versucht, an vielen Stellen voranzutreiben. Und da würde ich mal sagen, kommt eigentlich an uns keiner mehr vorbei, der irgendwie dazu Informationen sucht. Und es ist, ich sage jetzt mal, ein gegenseitiger Austausch von Anfragen und da sind wir dann, denke ich mal, auf einem sehr, sehr guten Weg. Sowohl mit den Handwerks- als auch mit den IHKs, aber auch, nicht zu vergessen, mit den großen Unternehmerverbänden. Also, dass wir da dann auch im ständigen Kontakt sind, wenn da Anfragen kommen, dass wir da kurzfristig auch Antworten liefern können. Ja, Herr Wobich, vielen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt konkrete Fragen haben, wenn Sie Interesse haben an dem Thema, das wir gerade besprochen haben, dann können Sie sich an der unten eingeblendeten Internetadresse informieren oder auch konkrete Fragen stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Interview der Woche. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.